so liebe leute herzlich willkommen ich mache jetzt mit dem max da da ist es let's play auf geht's also wir spielen das jetzt gerade erst so seit einer halben stunde glaube wenn überhaupt haben jetzt gerade schon ein bisschen was nützliches gefunden wohin gehen wir jetzt gleich noch mal wir schauen dass wir jetzt zu dem hochstand bei mykta hinkommen bei mykta so der zwischenweg über den laufen wir drüber dann schauen wir dass wir zur nächsten hauptstraßen kommen und der folgen wir dann bis zum hochstand rauf ok pass also dem vor mykta oder wie man das jetzt ausspricht mykta mykta wieso schauen wir da nicht gleich in mykta rein weil da kann ein laster spawnen und 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 auto ja das können wir sowieso machen aber jetzt müssen wir schauen dass wir natürlich straßen finden da diese straße aber irgendwer straßen die müssen dann bei einem klaren industriekomplex rauskommen ok es ist das da yep schau schaut gut aus Dumbledore na mit so einem truck sind wir mal rumgefahren toll aber warte vorsicht da ist er zu... du hast dann ge... wegkomm aaaah kott wo ist denn? er würde jetzt nicht mehr schießen ah jetzt geht's lol ah jetzt geht's lol zwei tot rechts um dir zwei tot eh ich hab noch sieben schuss jetzt noch eh du musst zum schießen aufhören ich habe offen die aggro-treuße im umfeld von einem kilometer glaube ich rechts guck mal einer uuuu der hat painkillers gedroppt nice er hat nichts hat der was ich meine die droppen ja eigentlich nie was aber painkillers nicht schlecht gut der stand ja folge in mir jawohl rechts um uns ist der Rest den du da angezogen hast ah polizist das heißt der wird schon vom Stand sein net ja waks weait du eh ah 6 Schuss habe ich noch waks 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 cool ich triff ihm nur Empty soda can na mua brauche ich noch jop jop ich darf jetzt echt nicht mehr schießen ich habe noch 4undimmunnis Hmm... Das ist auch ziemlich gut! Wenn die beiden sind schon abknallt, müssen sie den Stand da oben... Sie müssen gerade ganz schön sein... Oh, du musst da relativ frei sein, ja? Ja, dann brauchen wir ihn nicht mehr geduckt gehen Nein, aber sicher kannst du nicht sein Naja, wenn ich schon so weit die Viecherpool... Welcher Pool? Nein, ist kein einziger da! Was haben wir da? Blackground, Hüftenix, Heatpack Heatpack habe ich auch eins, das braucht man eigentlich kaum Und Morphium Ah, da oben ist ein Schaf Na Aaaaand Nicht wirklich irgendwas nützliches da herum Blöd, umsonst geschossen Ah Maa, du bist ein Blöder Ich hab mir gerade ohne Scheiß am Ding gebrochen Geil Ah, ist super alt Geile Scheiße Ja, hab ich Warte, warte, was brauche ich? Was tut mir? Was macht man bei einem Bruch? Check Pulse Pulse is strong Warte mal Dann braucht man noch diese Epi-Pen, oder? Scheiße, hab nix da Ich kann mal wieder gehen Ah, warte, 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 bleib, bleib, bleib ruhig, bleib ruhig Du blutest Geil Geil Wie? Kannst du wenigstens... Na, gehen kannst du nicht, gell? Ich glaube nicht, nein Ich will jetzt einen Morphium-Auto-Injektor reinhauen Take Morphine Morphine Morphine? Morphine ist gut Da kannst du jetzt glaube ich wieder hatschen Ja, kann ich wieder Jawoll Schweinkopter Ich sieg da vorne was Nettes Ich hab das Ja, das ist das Schaaf was ich vorher gemeint hab Aber ich schieße nicht Nein, mach schwe Schaaf Schaaf Oh Hast du geschossen? Ah ja Ja Aber ich auch nix mehr Ich glaub ich hab nimmer so viel Blut übrig Oh, warte, könnte ich mir so ein Pankeles reinschmeißen Sieh, sonst keine Eines, sitzt direkt vor mir Ja, kannst du gerne machen, wenn du willst Und hier keine Sounds mehr, von daher Siegst du irgendwelche Zombies? Ja Schaaf hat 5 Meats Habeam Ah, Militärseine Hat nix Ja, sonst sollen wir mal eine Feier machen, wir schnell ein bisschen was Futter kochen, oder? Äh, Futter, wie wäre die... Warte, nicht ganz ungescheit So So Warte, dann hoi ich schon die Ding aus, das Feierhaut Oh, das Schaaf ist weg Ja Pile of Wood So Ed 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 Jett Warte, was mein Inventor Warte, was mein Inventor Eeeh Boah, ich muss einmal was trinken Für Um Eeeh Und Warte Um Und Ich kann um Scheiße jetzt auch Okay, ganz ehrlich, ich seh das Teil noch immer noch nicht Wo hast du das Holz hingelegt? Ja, das... ich stell mich mal drauf Hier drauf Das, okay Make fireplace Must have wood in your inventory Ach, muss nur einmal Na, nix kommen Ach, der ist da You have created a fireplace Wie nehmen wir die Scheiße jetzt her? Na, bei mir ist nix dazukommen Okay, willst du mich überraschen? Na, ehrlich Gehen wir irgendwo hin, was halbwegs gras leer ist? Ja Ja, gehen wir schon mal Richtung Mugda Ja Da ist es ja Mugda gerade so rauf, meine ich, oder? Ja Ja, genau Ja 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 Gut rennt der mit einem gebrochenen Haxen, hättest du dappert? Naja Wenn immer mal was bricht, dann lasse ich mir auch Morphium geben und nachher renne ich auch für den Rest meines Lebens mit einem gebrochenen Haxen umeinand Super, hättest du dappert? Ja Wie er eiskalt mit einem gebrochenen Haxen schneller ist wie ich Nublord, nublord, nublord Na schmier, bin eh schneller So, da ist er schon Ja, vielleicht rennt's nicht Vielleicht nicht der wieder äusser EGROUND da in 500km Umgebung Über den Arm, den du da vorhin schon EGROUND hast Ich hab echt schon? Hab ich echt schon entzogen? Ja sicher, ja klar Ich schiss nicht Lass mich, wenn ich schon aufkehre Aaaaah Ich schieße am besten nur in Notfall Ja Ja, ich schieße am Wasser Weih 這邊 ÜOC vaut Ja herrn count Ja yeah Also Müllsack und Kano, okay. Nicht laufen. Hm. Er schaut eh nicht her, der Sack. Ja, braucht eh nur Herren, du. Genie, du. Bin eh leise. Okay, passt. Ah, da ist nix. Links oder rechts gegangen? Sehst du mich? Da ist Holz. Oh! Oh! Max, ich habe da neue Waffe. Kann ich noch an der Eude haben? Ja, klar. Ist das der Eude da? Das ist ein Eude, ja. Mal schauen, was ich liebes gekriegt habe. Oh, nice. Oh, es ist wieder ausgezahlt. Was ist da oben? Nichts. Ich fühle mich ja nix brechen. Da ist ja ein Lein-Fail, wenn du das haben möchtest. Ja, habe ich ja gerade gehabt. Da ist nix. 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 Gut, wenn ich es in der Eude von uns muss, ich kriege. Er hat sich gefragt, wie laut ist das Ding bei einem Schuss? Äh, ich würde es jetzt nicht ausprobieren. Ich glaube, den habe ich schon mal gehabt. Also, wenn du mit der ballerst, die ist recht, geht es schon dahin. Aber so, das ist frei da, oder? Schau, da hinten steht einer. Schau, da hinten steht einer schon. Da nicht ins Schuss. Um uns herum sind auch ein paar Zombies. Schau mal lieber mal, ob wir ein Ding finden. Wie laut war das? Ähm. Okay, lauf. Ja. 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 Passt schon. Da waren wir gerade. Achso, auf die Karten hätte ich schauen können, wo wir hin müssen, gell? Naja, wir rennen gerade nach Osten, glaube ich, ist das. Auf dem anderen hinterher, der ist fetter als ich. Gut, 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 gut. Gut, wir rennen gerade da aussehen, da ist... Was ist denn immer noch? Kanzhüterl, ja. Alle beide, ja. Wunderbar. Da haben wir einen Wald, wir grüchen davon. Ah, da ist er noch, okay. Ah, da ist eh schon aufgeheuert zum Folgen, wie's ausschaut. Und dann kannst du einen umbringen, ist der die gute Waffen jetzt halt. Ja. Treffen halt. Andere treffen, wo du triffst. Ja, es habe ich noch nicht so raus. Take Soda Can. Jetzt habe ich einen Pult, super. Hat sich sozusagen ausgezahlt. Take Heat Pack, why not? Du hast den Soda Can. Ich habe nur was zum Trinken. Nö, habe ich nicht. Nehm es aus dem Rucksack, ich habe eh so viel. Merci. Drink Soda Can. Ja, jetzt müssen wir langsam einmal. Ja, schau mal rein, ob wir Autos finden. Autos? Jep. Also wir haben noch mit dir noch mal eine. Mein Art. Oh, ich habe noch einen Sniper. Wie viel Schuss Muni hast du noch? Ich habe 2-2 gerade. 2-2, das ist ja schlecht. Das muss ich nicht sagen. Okay. Das ist unser Truck. Also, passt schon. Du hast keine Binoculars, oder? Doch! Dann schauen wir mal durch. Alles glücklicherweise beim Spawnpunkt gefunden. Schauen wir mal. Ah, ist eine recht blöde Position da gerade. Zum Binoculaden. Ich hab was gepult, oder? Ja, ich hab was gepult! Ich hab was gepult. Ähm... Ich hab was gepult. Ja. Von hinter uns auch. Ganz hinten von der Scheune auch schon. Da neben dir. Lauf, 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 lauf. Von oben auch noch. Da kann mir einen kleinen Schießstand unten schauen. Das Teil ist relativ laut beim Schießen. Ach, wirklich! Da kommst du her, da kommst... Wow! Ähm... Sag mal so, ja, ist... genug. Genug! Wo ist denn der Schießstand rein? Oh! Der tut mir wei. Mein Gott, dass dir alle nur dir folgen. Einer folgt mir. Der ist leer, der Schießstand. Scheiße! Ah, super! Ah, super! Ich hab nur eins, eins. Du, ähm... Ganz meck da kommt grad her. Ganz meck da! Ja, ich versuche eh runterklettern. Ich möchte noch nicht nur mal irgendwas brechen, Alter. Ja! Ah, super! Jetzt rennen sie mir und... Ja, wenigstens rennen sie mir und auch. Oh, lolololol! Wo bist du? Ich lauf grad bergauf. Lass mir Meck da mal in Ruhe. Ich glaub, die mögen uns nicht. Ja, genau, genau. Der Meinung bin ich auch grad. Ja, ja, ja. Ja, ja, die folgen noch. Ähm, okay, wir rennen da gerade über Meck da rauf, den Berg um, über den Berg, da kommen wir nach Staroye. 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 Staroye, die haben auch irgendwo, was wir brauchen könnten, da schauen wir jetzt mal hin. Die haben sogar zwei Punkte, einen guten und einen sehr guten. Okay. Boah! Jetzt aber halt, wir dürfen uns irgendwo... ...eine Festung suchen. Aber ich weiß nicht, wo da in der Nähe eine ist. Ah, die sind uns dicht an den Fersen her. Ja, dir halt. Neu. In Prioritäten, wir müssen gleich, sie geht. Ahaha. Naja, ja, ja, ja. Suckt grad her. Suckt grad her. Suckt grad her. Suckt grad her. Stop the fat man, no one stops the fat man. Nuu. Jo. Nein. Oh God. Ich hab gehört. AAAAA! Ja, nicht. Ich glaub ich hab nur mal einen Schuss gell, also vorsichtig Probierm Stehst du, du stehst mal voll im Weg Ah, der hat der Bandage gedroppt, nice Blirr, blirrst du? Na Der hat nix gedroppt, nice Ich hab noch... Drei Schuss, nice Jo Keinen Stress gell Du hast ja eine Axt, also du kannst wenigstens noch irgendwas danach da noch machen, ne? Flubbidi 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 Ich hab das Problem, ich hab gar nix Außer der Buffon hab ich nix Stimmt, die hätt mir eigentlich die Lee Enfield gehalten können Da unten, ja da war sogar ein Frühstück gewesen mit neuer Muni und so Hm? Ja, ja, ja Ich war dann super piecht auf das Teil, weil das Teil viel leiser ist, weißt? Das ist der... Das... Ich hab bis jetzt noch nicht so viel gebraucht Das ist der Fischentitel da Sag mir mal hallo Sag mir mal hallo Das ist nix aus Bestes Haus EU Gibt ihr ihm Er zählt sich aus Geil hinten Ok Dann tauchen wir da die Strasse nix drauf Giganhouse Da unten san bei Hauseln Ja des müsses Podcast Das müsses gaz da roeisein Da ro j Aber isuch ja die r bit dispone Ah, da sollen noch mal häuseln Da ist's glaub ich, glaub ich seh Das ist die Fix, das ist eine Scheune Sowieso ausschaut da, ja Gut, das ist der erste von zwei Punkten, die wir haben wollen Der andere ist auf der anderen Seite vom Dorf Okay Ich meine in die Scheune, vielleicht ist da ein Buffen drin Die näht jeden Zombie auf der scheiß Map Auf einmal, Eggroad Das war recht schrein Zwei Zombies, ich hab einen Schuss Und aggro machen wir es einfach mal nicht, oder? Sind wir innovativ, gehen außen rum Wenn außen rum keine Zombies sind, gerne Da ist ja keine Da ist ja keine Noch nicht Da oben ist das Auto funktionierendes, hm? Hm? Schaut nicht so aus Es schaut ziemlich nach einem Frack aus, wenn's mich fragst Da ist ja auch ein Zombie Da ist ja auch ein Zombie Da ist ja auch ein Zombie Aber noch weit genug weg Aber noch weit genug weg Three Arm Sag einmal Bei den Waffenwechseln im Spiel ist ja eine gute Frage, gell Ja, du musst hier nur Einpacken Einpacken Warte, der ist eh neben uns, der können wir uns eh vorbeischleichen da Ja Hast du grad gewusst? Ja Ich muss grad vorkommen, dass der Charakter gewusstet hat Ja nix mehr, ich hab keine Ahnung, ob ich wusst oder nicht die Unige links Da ist nix Außer ein paar leere Dosen nix Da ist auch nix Schaut's auch noch was aus Leere Dosen Da ist was... ne Bandage... Da ist ein Shotgun, ich wechsle mal auf die Shotgun Du brauchst Shotgun, ich kann da was... was für Muni braucht das? 12 Gauge, glaube ich, heißt das Teil Na, was für Munition braucht das? Also, die heißen... Second Slug Ah, da nehm ich da eins mit, da liegt eins bei mir. Passt Du, ein Zombie kommt zu dir hoch Soll ich da schiessen? Ah... Ich glaub noch Muni Ja... Ah, jetzt muss ich was essen Ich muss was essen... so Ah, ich hab sogar Bandage Ah, Vorsicht, gell Was macht denn der da jetzt? Das ist so überhaupt nicht verpackt Na, überhaupt nicht Servus, schön, dass du dabei geschaut hast Ganz geseit, ja... Ja... Rollen, rollen, rollen... Wie es ausschaut ist sie jetzt weg Wie es ausschaut ist sie jetzt weg Na, der kommt kurz zu dir hoch für eine Losung Sagen wir, wenn er die Treppen hochkommt, ich sehe das nicht Dann hoppelt er Jetzt kommt er hoch Scheiße... Hast du jetzt aus der Distanz nicht... Ich hab... Ich hab... Er hat's aber nicht gecheckt Das ist ja das Geile Ich hab ins Holz eingeschossen 10cm Abstand daneben schießt Ja... Hauptsache es raucht ein wenig vorne raus Aber beim Quar ist eh wurscht Der ist Pazifist, du hörst Jetzt geht er wie bei dir auf Jetzt geht er wie bei dir auf Wie aus der Entfernung mit dem Puffen einfach nix trifft So... Ist er tot oder nicht? Er ist hin Aber du hast so ziemlich alles grad gepullt, wie es sich so anhört Äh, von wegen... Jep, das sind's alle Achso, seit wann können die im Haus rennen? Alter, ich hab's gerade rumgebracht Hör auf zum Leben Du, ich hab... Oh Gott Ich bin tot Oh Gott Ich bin tot Oh Gott Oh Gott Ich bin relativ tot Ich glaub, du solltest abfahren Ja... Ich hab nämlich keine Munition mehr, du Oh Gott Ach Gott, bist du schnull draufgegangen Wir gehen in keine Scheunen mehr Ja, das war jetzt aber ziemlich schwache Scheune, ja So ein Shotgun mit zwei Schuss Und dann schießt den Typen aus nächster Entfernung drauf Der stirbt einmal ja nicht Und dann fangen wir zum Knabbern an Ja, gar nichts Über die Welt auf Tanks zacken, Alter Das Spiel ist einfacher Biskunnect Connect Ja, dann lauf du mal davon, schau was du änderst Ich geh mal raus Exit Ich hab meine Maus im Menü auf einmal durch die Gate-Rabe, Alter Ja Okay, ja Wir folgen's jetzt nimmer Aber das war jetzt heftig Alter Stresslos Ich hab mir eh schon gedacht Der hat auch Schrotflinten Und der wird jetzt sicher gleich schießen Ja, ich bin jetzt am Berg oben Ja, ich bin rausgegangen Ja, ich bin rausgegangen Ja, ich bin rausgegangen Ja, dann machen wir ein anderes Mal weiter, hätte ich mir jetzt gedacht Ja, wunderbar Ja, ich hab eh noch das ganze Gute gezeigt Von dem her scheitert's jetzt eh nicht Von dem her scheitert's jetzt eh nicht